Hallo, ich bin Sönke Lauterbach. Corona hat uns weiter im Griff und das wird wohl auch noch lange so bleiben. Uns erreichen in den letzten Tagen weiter viele Fragen von Vereinsvorständen, Betriebsinhabern und auch Selbstständigen, Ausbildern oder anderen, die im Pferdesport unterwegs sind. Eure Fragen sind, wer kann uns helfen, wie kann uns geholfen werden? Es gibt ja ganz viele Rettungsschirme und Hilfspakete und Kredite und Sofortzahlungen von Bund und Ländern. All das haben wir zusammengestellt. Ihr findet das zum einen auf den Internetseiten eures Landesverbandes, des Bundeslandes, wo ihr herkommt. Ihr findet es aber auch bei uns auf pferd-aktuell.de slash coronavirus. Da ist eine Extra-Sektion, wer hilft mir in meiner finanziellen Not. Und dort sind nach den Bundesländern geordnet die verschiedenen Möglichkeiten zusammengefasst. Wie komme ich an Kredite, wie komme ich an die Soforthilfe für Kleinstunternehmen, die es ja auch für Unternehmer, Selbstständige, Vereine im Pferdesport gibt. All das findet ihr in dieser Sektion. Bitte schaut dort nach, da wird euch geholfen. Und dann, da wird euch geholfen. Vielen Dank.